Guten Morgen, wir sind's wieder. Ja, wir haben Freitag, wir konnten uns den Tag mal wieder freinehmen. Das geht für uns eigentlich ganz gut, weil wir da nur fünf Stunden arbeiten und dann bekommen wir schon mal zwischendurch den Tag frei. Wir sind mal wieder Richtung Holland unterwegs und zwar fahren wir an die Mars. Das ist in der Nähe von Venlo und Vermont, da wollen wir einen neuen Campingplatz ausprobieren und den möchten wir euch dann gerne zeigen. Bis später, tschüss, tschau. So, hier ist jetzt die Einfahrt zum Campingplatz. Mal sehen, was uns da erwartet. So, von außen sieht es schon mal sehr schön aus. Da wir es ja auch gerne ein bisschen gesellig haben, haben wir es gerne, wenn noch ein paar andere da stehen, wo man abends schon mal ein Schwätzchen halten kann. Aber ansonsten sieht es sehr schön aus. Dieser Campingplatz hier ist wunderschön angelegt. Hier kann man auch Ferienhäuser mieten. Hier gibt es auch extra einen Fahrradstellplatz, also wo man Fahrräder nachts abstellen kann. Der wird abgeschlossen. Alles wunderschön angelegt. Das hier ist das Sanitärgebäude. Sieht gar nicht so aus. So, jetzt die Dursche. Es gibt zwei für Frauen, zwei für Männer. Jetzt sind noch mal zwei Toiletten. Ich mache so ein Becken, Musik und hier ist noch mal der Spülbereich. Hier ist der Spülbereich. Schöne große Hecken. So, bevor wir es wieder vergessen, möchten wir euch sagen, der Platz hat 20 Euro mit der AXI-Card gekostet, inklusive Strom und Duschen. Duschen waren ohne Zeitlimit und Hunde waren erlaubt. Es gibt sogar eine Hundewiese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.